Und da sind wir wieder. Hat ein bisschen länger gedauert, aber die Frauen sind jetzt weg. Das heißt, die können umbel schwer spielen. Ähm, nee, unten musste ich noch in einen Raum rein. Mir ist übrigens beim Anschauen unserer bisherigen Videos aufgefallen, dass wir massig Sachen übersehen haben, die rum irgendwelche Euls und Tinderboxen. Ähm, das hat mich ein bisschen erstaunt, weil das sticht einem normalerweise total ins Auge. Tinderbox am Schrank. Zum Beispiel das hier, ja. Und mir ist auch noch aufgefallen, dass das Spiel weitaus weniger gruselig rüberkommt auf YouTube, als wenn man selber spielt. Also wir kommen ja richtig pussyhaft rüber eigentlich. Deswegen lasse ich auch dich spielen, ne? Ja, ja, das ist mir schon klar. Ne, aber das Spiel ist wirklich um einiges, äh, äh, ja, pusht das Adrenalin ein bisschen hoch. Was zum Teufel? Aha. Was war denn jetzt DAS zum Teufel? Okay. Whatever. 17. Juli 1839. Wie hat das mir erlaubt? Sie sind alle tot. Leber geschlossert, Hände geschlossert in der Mitte. Ich fühle, ihre Hände flayed, als wenn es boitert. Ich fühle, als ob ich mich selbst spüren. Was ist passiert? Sir William Smith? Professor Taylor? Jetzt Dr. Tate? Ist es mir folgenden? Wie kann es das nicht sein? Es ist das verdammte Sache, das ich aus Afrika brachte. Was ist hinter mir. Ich habe keine Wahl, als zu dem Baron. Er hat besser wissen, was er klaimt. Wenn er falsch ist, glaube ich, dass er es auch regrettet. So. So. Ein Ding, das ich übersehen habe, und das scrolle ich mir lieber gleich. Ah. Oben im Guestroom. Da war ne. Oil. Äh. Ja, ein Öl. Ja. Na, du hast den kaum noch. Eben. Ich habe gleich, ich muss rein, im Moment. Wenn du spielen musst, kannst du mir die Shisha geben. Äh. Ja. Ja. Äh. Und. Ihr Zuschauer könnt ein kleines Spielchen spielen. Ihr könnt mal zählen, wie oft ich im gesamten Netzplay, äh. Sorge. Oder, äh. Da habt ihr einiges zu tun. Äh. Äh. Der Gewinner bekommt, ähm. Nichts. Was bekommt denn der? Nichts? Nee. Diesen leckeren Korpus. Medium rare. Hm. Ja. Schmeckt. Und Bratkantoffel. Ah. Ich habe Hunger. Ich mache da einen Gulasch. Oh. Was? Das war gerade mein Mikro. Hopp, 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 hopp. Komm her. Wo bist du? Nein. Da bist du. Oh ja. Ich hab dich. So. Jetzt brauchen wir die Explosives. Ähm. Und die zwei Raws. Lass mich mal kurz gucken. Wir haben doch. Irgendwo hier. Genau. Genau. Manamana. 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 Ah ja. Da steht es. Euer Range. Too Large. Wetznernex. True. Ähm. Die waren glaube ich im Storage unten. Also gehen wir noch mal runter. Nee. Fast diese Türen. Ja. Wenigstens gehen sie diesmal nicht nach oben auf. Ja. Normalerweise gehen ja Türen immer Richtung Ausgang auf. Für Notausgänge etc. Aber nicht hier. Man muss nur immer tiefer in die, äh, in die Dunkelheit. Zack. So, Eul. Hab ich eigentlich noch grad eine Lampe? Oh. Mehr jetzt genau. So, so, so. Ich bin der Meinung, diese Dinge sind das. Too Large Vets. Das ist wahrscheinlich die hier, ne? Rusted Shot. Haha. Und Chemistry Pot, wenn ich mich rechnen sinne. Oh yeah. Sehr schön. Und? Dieses lustige Ding hier. Genau. So. Haben wir explosiv gemischt. So, jetzt kommt schon gleich ein Gegner. Nimm mal den True mit. Ah, den hast du schon. Sehr gut, Gegner. Ich höre nichts. Habe ich gerade zu. Und das müssen wir jetzt wahrscheinlich hier reinstecken. Ja, das gibt's hinterhinten, ne? Nee. Oil-Trained. Ah, stopp. Das brennt schon. Das ist durch da. Egal, ob was kommt. Nett. Das ist hier irgendwas. Ja. Tinder-Box. Sonst ist ja nichts. So, jetzt aufpassen. Oh, ich weiß noch. Ach, ich bin nicht mehr. Doch, ich weiß noch. Mh, lecker, Brot. Ähm. Diese Tür hier drüben mache ich erstmal noch nicht auf. Die da. Denn da kommt dann ein M-M-M-M-M-Monster. Jetzt. What the fuck? So, da war glaube ich ein Brot drin. Zwei, alle beide. Oh, oh, oh. 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 Weißt du was? Knack, ne? Ich hör dein Herzschlag. Siehst du was? Nein, nope. Deswegen können wir diesen Zettel da ruhig mal schnell lesen. Ja, während ich rauche. Ja, hier. So. Aha. Ja, die haben wir ja schon. Genau. So. So. Das ist wahrscheinlich, dass ich von da unten sein. Ja, das kann sein. Noch sehe ich keins. Das patrouilliert hier. Irgendwo. Irgendwie. Ah, in dem Raum, wo du gerade vorhin warst, hast du dich mal verkrochen. Ah, ich hab's gesehen. Ah, verdammt. Wo kommt's jetzt her? Ja, muss ich bereit sein, mich zu verstecken. Was ist das hier? Ich sehe nix. Ah, doch, es kommt. Es kommt. Ah, weg. Kommt es auch hierher? Hier rum? Also, wenn es dich jetzt hier sieht, dann bist du gearscht. Ich kann noch hinterher werden, komplett. Ah, okay. So ne Sauerei? Kommt bloß nicht näher. Ja, das muss jetzt nicht sein. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf dem Video rüberkommt, aber mein Herz schlägt dort ein bisschen.